worauf achten beim boxspringbett du bist gerade auf der suche oder überlegst dir gerade ob du ein boxspringbett nehmen möchtest und worauf du beim boxspringbettkauf achten musst dann bist du in diesem video genau richtig denn ich erkläre dir anhand von 16 verschiedenen merkmalen worauf du beim boxspringbett achten musst und welches wirklich für dich geeignet ist dabei gibt es vier wichtige elemente auf die du achten musst nämlich auf die box die matratze in der box der matratze und zu guter letzt dem topper bei den boxen geht es darum dass sie das fundament für das gesamte konstrukt bilden wie bei einem guten haus wenn du jetzt beim fundament zum sparen anfängt dann ist wurscht was darauf kommt es wird das einfach nicht mehr kaschieren können schlechte boxen also schlechtes holz in den boxen besteht dann aus sperrholz oder spanholz und dann wirst du es vielleicht auch bei anderen möbeln kennen das ist zwar sehr günstig allerdings hat es das problem dass es nicht robust ist und nicht langlebig das heißt es bricht leicht wenn du es einmal ein bisschen gröber anfasst vielleicht ein bisschen ein größeres gewicht hast oder die ein oder andere sport hat im bett ausprobiert ja dann ist es so dass diese leichter brechen und bei einer guten qualität hingegen verwendet man massivholz das ist robust das ist auch um einiges schwerer das darf man auch nicht so vernachlässigen dafür kannst du dich darauf austoben und es wird einfach nur sehr schwer in die knie gehen da musst du jetzt schon wirklich mit einer axt oder mit einem fichtenmoped einmal also mit der kreissäge durchfahren damit du wirklich da etwas kaputt machen kannst und auch gute boxsprungbeten haben latten auf der unterseite damit auch mehr luftzirkulation zugelassen wird und sich die feuchtigkeit nicht in den matratzen dann festsetzt aber auch die verbinder zwischen den boxen ist es so dass günstiger varianten nur ein u form verwenden also ein u metall was reingestochen wird also reingegeben wird damit die beiden holzrahmen zusammenhalten damit zerstörst du dir aber auch den bezug auf der unterseite im gegensatz dazu gute varianten haben solche sogenannte spezialverbinder oder krokodilverbinder die man ineinander schieben kann und du merkst du schon wenn man diese anhebt also die eine box anhebt dann kann man diese trennen die sind fix fertig montiert die schraubt man rein und macht nicht jedes mal aufs neue den bezug auf der unterseite kaputt und spätestens beim zweiten umzug ist man dankbar darüber dass man die dann verwendet hat und da rede jetzt nicht umzug in eine neue wohnung in ein neues haus sondern wirklich schon einfach ins nachbarzimmer weil da kriegt man das doppeltbett auch nicht so einfach durch die türe durch sondern teilt die boxen und geht dann mit den boxen rüber du solltest aber auch darauf achten dass du eine mindesthöhe hast wir empfehlen mindestens 16 cm zu haben damit du genügend platz zum einsinken hast ist es zu flach kann den körper nicht tief genug einsinken und zusätzlich solltest du auch auf die füße achten dass du genügend platz unten hast wir empfehlen hier immer mindestens sechs zentimeter freiraum unten zu haben damit auch wirklich die luft zirkulieren kann damit die luft von unten in das bett hinein kommt und die feuchtigkeit hinaus kommt sollte das nicht sein könnten schimmelbildung und kürzere lebensdauer und milm das ergebnis davon sein dementsprechend auch keine platte unten sondern wirklich schauen dass viel luft dazukommt beim jaktbox schwungbett haben wir zum beispiel auch gesorgt dafür dass auch saugroboter und das bett durch können deswegen haben wir zwölf zentimeter hohe füße auf der unterseite damit wirklich der saugroboter unten durchfahren kann wir hatten oftmals das problem sollten und nur zehn zentimeter frei sein dann geht sich das nicht mehr aus weil der stoff auf der unterseite auch durch hängt aber auch auf der außenseite nämlich der bezug hier solltest du nur darauf achten dass du mindestens 15.000 steuertouren hast das wird empfohlen als mindestmaß im haushalt für einen stark frequentierten bereich stark frequentiert ist eigentlich couch, sofa, sessel und ähnliches wo du wirklich dich hinsetzt darauf herumwärts herumlegst was auch immer beim bett im normalfall du lehnst dich nicht am boden ans bett an vielleicht auf dem kopfteil dass du es als rückenlehnen nutzt und dich dort anlehnt da wäre es dann wichtiger aber ja im bett ist so ein boxschrunkbett an sich ist normalerweise nicht im stark frequentierten bereich das nächste worauf du achten musst beim boxschrunkbett ist die matratze in der box box spring bett heißt ja nichts anderes wie box spring also box der holzrahmen spring die federkerne und box spring sind dann federkerne in einer holzbox das ist alles wenn du jetzt keine matratze in deinem boxspringbett hast heißt es auch nicht boxspringbett sondern boxbett oder boxschrunkbett optik kann man damit auch gut erkennen auch unbedingt darauf achten geben nicht immer alle hersteller an wir haben noch ein ganz eigenes video über das boxbett verlinken wir dir rechts oben und hier ist es so wenn du auf die matratze achtest kannst du aus verschiedenen federkernen wählen aus bonellfederkernen taschenfederkern oder tonnentaschenfederkern die günstigste variante ist der sogenannte bonellfederkern du siehst es hier schön geht hier in der mitte zusammen unten und oben wieder breit sind auf der oberseite und auf der unterseite miteinander verbunden kennt man auch schon aus oberseiten wird seit damals verwendet hat sich natürlich auch weiterentwickelt aber das prinzip ist trotzdem das gleiche und bei bonellfederkernen die haben halt einen riesigen nachteil sie können nur gemeinsam nachgeben nachdem sie oben und unten miteinander verbunden sind und können jetzt nicht einzeln nachgeben und haben auch keine gute punktelastizität ganz im gegenteil hier kommt es zum sogenannten hängematten effekt nämlich du liegst drinnen wie eine hängematte du kannst dich weniger bewegen du schläfst schlechter bekommst schmerzen und dementsprechend bonellfederkernen empfehlen wir immer nur als übergangslösung oder für ein gästebett wo du nicht langfristig darauf liegst wenn du langfristig darauf liegst solltest du lieber auf andere varanten zurückgreifen zum beispiel auf taschenfederkern oder noch besser tonnentaschenfederkern und beim bonellfederkern der kann auch langfristig zum lärm machen dass das metall aufeinander quitscht und was ich immer finde du erkennst bonellfederkern auch sehr gut daran wenn du zum springen anfängst auf deinem bett und es schwingt nach wie auf einem trampolin kannst du dir sicher sein dass bonellfederkern drinnen sind sprich die schwimmungen breiten sich auch leichter drinnen aus muss man wollen ich mag es zum beispiel überhaupt nicht und ich kenne auch nur ganz wenige die diesen effekt auch wirklich mögen das nächste sind dann sogenannte taschenfederkerne hier geht es darum dass du einen federkern hier im inneren hast der von einer stofftasche umgeben ist hat den großen vorteil sie können alleine nachgeben haben auch eine gute luftzirkulation und lassen immer auch eine gute punktelastizität zu wie du das hier kennst und es ist auch nicht möglich nachdem nicht metall auf metall ist dass sie zum quietschen anfangen eine noch bessere variante sind tonnentaschenfederkerne gleiches prinzip wie beim taschenfederkerne nur die form einer tonne sprich sie sind etwas bauchiger sie sind unten und oben schmäler und der mitte breiter hat einen wirklich großen vorteil nämlich sie können nicht nur die kräfte von oben nach unten aufnehmen sondern auch seitliche kräfte können sie auch besser aufnehmen bieten noch mal mehr punkte elastizität und einen entscheidenden vorteil wenn du zum beispiel einen motor hast ein boxenbett mit motor dass du dann eben auch diese kräfte besser aufnehmen kannst taschenfederkerne auf keinen fall mit motor verwenden denn dort ist das risiko dass diese brechen deutlich höher kommen wir jetzt direkt zur matratze worauf sollte ich hier bei der matratze achten ganz einfach auch wieder das gleiche prinzip bonnell federkerne oder taschenfederkerne tonnentaschenfederkerne günstige varianten haben bonnell federkerne und hochwertige varianten haben taschenfederkerne oder noch besser tonnentaschenfederkerne drinnen hier zählt auch wieder circa 250 federn pro quadratmeter wie berechnet sich das ganze nehmen wir jetzt an du hast ein zweimal zwei meter bett dann hat eine betthälfte einmal zwei meter also eine matratze sprich zwei quadratmeter hast du jetzt eine matratze mit 500 federn drinnen dann rechnest du ganz einfach 500 federkerne durch zwei quadratmeter ergibt 250 federkerne pro quadratmeter und das ist auch das optimum was wir herausgefunden haben hast du weniger federkerne als 250 dann ist es so dass die federkerne zu groß werden die natürlich mehr fläche mit einsinken die punktelastizität nicht mehr so gut ist es auch an sich weich ist hast du zu viele federkerne pro quadratmeter werden die sehr klein und viel härter und das bringt mich auch schon zum nächsten punkt worauf du achten musst nämlich zum sogenannten härtegrad diesen gibt es von h1 h2 h3 h4 h5 h1 ist sehr weich h5 ist ultra hart und wir haben einen eigenen härtegrad rechnen du findest du auf jagdbett.de slash härtegrad dort kannst du das selber nochmal für dich herausfinden welcher härtegrad für dich denn der richtige ist und für dich auch geeignet ist damit du auch genügend tief einsinken kannst empfehlen wir mindestens 18 zentimeter für deine matratze zu haben damit den körper auch genügend raum und höhe hat auch einsinken zu können das letzte tipp worauf du achten musst bei deiner matratze ist dass du mindestens fünf zonen hast sieben zonen werden sogar noch mal besser und sind auch bei guten boxschrumpbetten auch der standard allerdings mindestens fünf zonen damit du schon die grobe unterscheidung hast zu guter letzt beim aufbau vom boxschrumpbett solltest du auf deinen topper achten beim topper geht es einerseits darum welcher schaum sich darin befindet welches raumgewicht er hat und welche höhe der topper an sich hat und ob der bezug abnehmbar und waschbar ist der topper an sich ist wie die kirsche auf der sahnehaube den härtegrad also wie hart oder weich du liegen möchtest steuerst du über die matratze und beim topper geht es nur mehr darum und diesen feinschliff um das letzte noch einmal wirklich rauszuholen und hier kannst du in verschiedene schäume auch unterteilen was bist du für ein typ bist du eher ein ruhiger schläfer bist du ein unruhiger schläfer frierst du nachts oder ist in der nacht eher sehr warm am ende vom tag geht es hier vor allem darum dass du dich wohl fühlst und der topper sollte eine mindesthöhe von sechs zentimeter haben ist dieser topper zu nieder kann den körper nicht tief genug einsinken und auch für die langlebigkeit solltest du achten auf das raumgewicht hier empfehlen wir mindestens 40 kilogramm pro kubikmeter je höher desto besser allerdings musst du auch hier unterscheiden viskoschaum und latex sind an sich schwerer dementsprechend haben sie an sich ein höheres raumgewicht und kaltschaum, komfortchaum und gelschaum sind offenporiger sind leichter und können somit auch mit einem geringeren raumgewicht die gleiche lebensdauer erzielen es gibt aber auch boxsprungbett die gar keinen topper haben wo nämlich der topper schon in die matratze integriert ist und was jetzt ein boxsprungbett mit oder ohne topper ist und was jetzt die genauen unterschiede sind da haben wir auch noch mal ein eigenes video verlinke ich dir rechts oben so nun weißt du worauf du beim boxsprungbett achten musst stellt sich natürlich noch die frage wie viel darf dein boxsprungbett kosten? viele vergleichen das ja ein normales bett ist ja so viel günstiger als ein boxsprungbett ja das stimmt ja auch weil auch weniger drinnen ist ganz einfach du hast bei einem normalen bett zwei matratzen dann zwei lattenroste und dann das bettgestell rundherum und bei einem boxsprungbett darfst du nicht vergessen du hast hier vier matratzen einen topper und das bettgestell rundherum das heißt es ist das ganze konstrukt an sich noch einmal teurer und hier solltest du mit mindestens zweieinhalb tausend euro rechnen dass du für ein gutes boxsprungbett ausgeben solltest und wenn du dir jetzt einmal denkst ja zweieinhalb tausend ist jetzt schon viel geld ja einmalig stimmt das aber du musstest ja rechnen auf zehn jahre beziehungsweise 3650 nächte die du mit einem guten boxsprungbett dann auch verbringst und somit kommst du auf weniger als einen euro pro nacht für ein guten schlaf und vergleichst du es mit anderen dingen die du ausgibst wirst du merken dass das gar nicht so viel geld ist du gibst es nur auf einmal aus und somit hast du das gefühl dass es wirklich viel geld ist aber wie gesagt du musst es auf zehn jahre lang rechnen damit du einen fairen vergleich zu den anderen themen des lebens hast und ich glaube das gute schlaf jeden von uns gut tut und nicht nur deinem körper sondern auch deinem geist und deinem immunsystem und vielen 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 was du einfach für dein gutes leben brauchst natürlich gibt es auch immer wieder angebote die dann 700 oder 800 euro kosten allerdings solltest du hier dann wirklich einmal die augen aufmachen und überlegen wie ist das möglich wird ja vielleicht irgendwo anders produziert irgendwo in fernost produziert zu ganz schlechten bedingungen gibt sie irgendwo etwas was nicht genauer deklariert ist ist ja vielleicht auch etwas falsch deklariert denn man kann da auch ganz schnell einfahren und ja das sollte nicht der sinn der sache sein sondern sollte ja wirklich so sein dass man langfristig eine freude daran hat und sich auch wirklich hineinlegt und jeden tag wenn man ins bett geht sich denkt boah das war eine richtig gute entscheidung da freue ich mich schon richtig drauf wenn ich mich wieder reinlegen kann worauf du beim boxenbett noch achten solltest ist der service ja es gibt auch serviceunterschiede es gibt unterschiede in der garantie auch was ist alles in der garantie inkludiert solltest du auch unbedingt nachlesen hast du eine kostenlose lieferung dabei ist der aufbau schon dabei gibt es auch ein probeschlafen probeschlafen sagt nichts anderes aus dass du das bett bei dir zu hause testen kannst die in deiner gewohnten umgebung jetzt nicht nur in fünf minuten in einer normalen filiale bei einer überbeleuchtung verkäufer sitzt im nacken du liegst mit deiner kleidung drinnen das sollte es nicht sein sondern wirklich in ruhe zu hause das probieren so wie du drinnen schläfst in einer gewohnten umgebung in aller ruhe entspannt dass du noch langfristig testen kannst weil du triffst diese entscheidung ja für diese nächsten zehn jahre deines lebens dementsprechend solltest du auch deinem körper mindestens sechs wochen lang zeit geben denn das ist genau diese zeit was er braucht um die schutzhaltung von einem alten bett zu verlernen um dann nachher wieder dich an etwas neues gewöhnen zu können und wirklich sagen zu können passt das für mich oder eben auch nicht sechs wochen entsprechen sieben mal sechs 42 nächte also das probeschlafen sollte mindestens 42 nächte lang sein um wirklich eine gute und langfristige aussage zu treffen hier solltest du eben auch darauf achten beschränkt das probeschlafen auf den härtegradtausch oder auch auf die komplette rücknahme des boxspringbettes beim jagdboxspringbett erhältst du ein risikofreies 101 nächte probeschlafen und kannst dich in alle ruhe selbst von der qualität überzeugen unsere kunden bewerten das jagdboxspringbett mit durchschnittlich 4,8 sternen und am meisten erwähnen sie den hohen schlafkomfort die gute preisleistung und den tollen kundensupport falls sich das interessiert findest du mehr informationen auf jagdbett.de slash boxspringbett oder rechts oben in dem i nun weißt du worauf du beim boxspringbett achten musst bleibt nur noch die frage welche härtegrad ist denn für dich geeignet h2 oder h3 oder vielleicht sogar h4 im nächsten video erklären wir ganz genau was der boxspringbett härtegrad ist und welche für dich geeignet ist bis zum nächsten mal okay hier